So, die erste Challenge ist durch. Es steht 1 zu 0 für das Team HSV. Jetzt kommen wir also zur zweiten Challenge, die Combine Challenge heißt. Ihr seht schon, hinter uns aufgebaut ist ein Parcours. Auch hier die Regeln im Prinzip denkbar einfach. Alle drei Spieler durchlaufen den Parcours. Das heißt, die ersten beiden klatschen ab. Der dritte ist dann quasi der Schlussläufer. Es zählt die Gesamtzeit. Und die schnellere Zeit gewinnt am Ende und holt damit diesen Challenge-Punkt. Ich habe an meine Seite geholt den Defensive Coordinator der Hamburg Sea Devils, Kendrel Allison. Hi Kendrel, nice to meet you. Could you please explain to the players how they can technically do this Combine Challenge? So, the Combine Challenge is gonna be a little combination of offensive drills and defensive drills. You're gonna start back at this comb here, alright? Normally if you hold a football, you want to hold it at all points of contact. Try to keep it high and tight. We always say high and tight so you don't lose it. For this drill, if you want to hold it like a loaf of bread, it's up to you, okay? Alright? So you're gonna run, you're gonna sprint to the first comb, which is here. As you cut, you want to slow yourself down, cut, plant, and cut, and you're coming here. Now as you come through, always try to switch the ball to your outside hand. Alright? We do this as running backs because if we do fumble now, it's gonna go out of bounds, okay? So you switch the ball to your outside hand, alright? Plant and cut, come around the cones. Alright? I'm not gonna do every cone, but it's just simply going through the cone, through the cone as you get to here. Alright? Now, you want to high knee it, one foot in each bag, through the bags. Alright? Unlike soccer, we gotta keep our eyes in front of us and not down, okay? So, professionals, y'all probably keep your eyes up. But you want to go one foot here, through here, through here, through here. I'll be here holding the bag. As you come to the bag, you want to come to the bag, give it a nice Derrick Henry steer form. Alright? Turn back around, and you're gonna do the same exact thing, just in reverse order then. And you're gonna sprint through, give the ball to your partner, he's gonna come through. And then the third man, you sprint through, you're going for time as little obstacle course, okay? We got that? I could do it in German, but it does sound like an Alabama German accent, so I'm gonna keep it. Try it. Nein, nein, nein. We're good. So, die Combine Challenge. Nelson startet für Team Hamburg Sea Devils. Nelson, 3, 2, 1, los! Come on! Pass down, pass down, pass down, pass down. Let's go! You 홀� likes Patienten, they have been on Buenos Aires. Let's go! Ja, das ist gut. Willst du los, Schwamm? Willst du das? Das Team Hamburg-Sea Devils ist die Benchmark für unsere HSV-Jungs, die gerade noch mal ein bisschen eingekleidet wurden. Also, let's go! Jetzt kommt Team HSV im American Football Look. Es ist egal, ob wir die Hand wechseln beim Laufen, weil ich es nicht denke, wenn ich lege. Es ist alles gut. Es wird nichts verletzt. Es wird nicht verletzt. Es wird nicht verletzt. Ja, okay. Ich versuche, ich versuche. 3, 2, 1, los! Man erkennt ihn nicht, aber das ist Matteo Raab. Und jetzt Miro Muheim als Schlussläufer. Miro muss jetzt Daniel Müssig und Sebastian Capell stolz machen, unsere Athletik- bzw. Reha-Coaches. Richtig guter Stiff-Arm von Miro Muheim. Im letzten Meter. 57,43. So, Ende der zweiten Challenge. Wieder ein Win für das Team HSV. Ganz brutales Nish Mefo. Rund eine Sekunde war es am Ende, die ihr schneller wart. Dein Statement zu diesem Sieg? Ja, war sehr anstrengend, kann ich dazu sagen. Die ganzen kleinen Schritte und sowas. Das ist schon intensiv. Wie ist das mit so einem Helm da mal durchzurushen? Ja, hat es irgendwie Spaß gemacht. Aber ich finde, die Sicht ist so ein bisschen eingeschränkt. Und ja, ich bin froh, dass ich keinen Helm aufhabe beim Fußballspielen. Den hat Nelson sonst auf, wenn er an der Line of Scrimmage randaliert. Nelson, jetzt hat es ganz, ganz knapp nicht gereicht. Was sagst du? Ja, ich würde immer sagen, wir haben ein bisschen versucht zu ordentlich zu sein. Aber was will man noch anderes machen als Athlet? Und ja, mit Visor, also mit diesem Eishield, rennen wir noch ein bisschen schneller. Also, das ist das Thema. Das passiert dann. Das sind sehr viele gute Argumente für eure Niederlage. Also, 2 zu 0 für Team HSV. Die Challenge damit schon von unseren Jungs gewonnen. Trotzdem geht es für euch natürlich noch weiterhin um die Ehre in der dritten Challenge. Da könnt ihr dann den einen Punkt noch holen. Wir machen also weiter. Challenge Nummer 3. Field Goal. Lattenschießen. Let's go! So, am Rande der Challenge, quasi als Zaungäste, haben wir HSV-Vorstand Jonas Bolt. Moin Jonas. Und den Geschäftsführer der Ampri Handelsgesellschaft, Thomas Böhme. Thomas, grüß dich. Jonas, an dich zuerst vielleicht die Frage, wie wichtig sind die Symbiosen zwischen den Hamburger Profi-Clubs? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, es ist bekannt bei mir, dass ich mich generell für Sport interessiere und versuche, aus anderen Sporten auch immer irgendetwas zu gewinnen, was man mit in den Fußball mit reinnehmen kann. Und ja, ich freue mich insbesondere, dass wir mit Thomas jemanden haben, der sowohl bei den Sea Devils als auch eben bei uns beim HSV-Gesellschaft da ist. Und das zeigt ja auch, dass man Dinge miteinander verknüpfen kann. Thomas, dann einmal zu dir. Wir haben schon im Vorgespräch erfahren, Football ist jetzt nicht ganz so dein Beritt. Du bist dann also eher im Fußball zu Hause, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ja, immer HSV-er gewesen. Und ja, eben halt, um ja auch die Sportarten in Hamburg ein bisschen populärer zu machen, haben wir uns letztes Jahr entschieden, eben halt auch die Sea Devils zu sponsern. Und jetzt haben wir es ja hinbekommen, so eine kleine Zusammenführung zu schaffen. Und ja, wir freuen uns einfach drauf. Ja, es ist nicht einfach. Schon mit einem normalen Ball ist es nicht so einfach, aber mit dem nochmal ein bisschen schwieriger. Geht Quick жизнь dass после... Gem jug Canon Is 되� bedingelt Inoue Immer. Geht doppisch. Pull To Das